Ich hoffe, die Zukunft wird sehr glanzvoll sein, die Idee ist sehr schön, wir haben hier einen Ort für Konzentration, für gute Arbeit, wir haben viel Platz und wir haben eine große Anzahl von Instrumenten, wir haben Originale wie dieses Instrument, wir haben eine Fülle von Kopien durch die Werkstatt von Gütebitzi und wir haben dadurch eine große Diversität verschiedener Instrumente, das ist ganz wichtig für junge Musiker, verschiedene Herausforderungen zu bekommen, so zu spielen, so zu spielen, sie müssen, sie können auch hier flexibel werden, durch verschiedenes Hören, durch verschiedene Erfahrungen. Ich denke, wir haben hier hervorragende Voraussetzungen, das Typische an alten Instrumenten ist ihre Individualität, jedes Instrument ist wie eine Person, die verschieden ist von der anderen und ein Musiker begegnet diesem Instrument, begegnet diesem Instrument, begegnet diesen und jedes Mal entdeckt er an sich selbst neue Seiten, wie bringe ich dieses Instrument zum Klingen, wie bringe ich dieses Instrument zum Klingen. Dadurch benötigen wir viel Fantasie und das tut uns Musikern sehr gut, das zu entwickeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017